VeggieTales Freunde aufgepasst! Bob und Larry als Sherlock Holmes und Dr. Watson. Es geschah ein Diebstahl im Buckingham Palace. Ein Diebstahl? Dann holt dich Dr. Watson! Das Spiel hat begonnen! In Sherlock Holmes und das Goldene Maß jagen die berühmten Detektive einen Dieb durch London. Kriminelle? Was bilden die sich ein? Was wurde gestohlen? Aber weil Sherlock das ganze Lob alleine bekommt, steht eine wertvolle Freundschaft auf dem Spiel. Zum Glück für König und Königin war ich in Westform und hellbar. Meiner Ansicht nach lösen wir die Fälle immer gemeinsamer. VeggieTales. Sherlock Holmes und das Goldene Maß.